hallo liebe leute was geht ab heute fahren wir von darmenstadt nach mannheim im shuttle express im fernbussimulator erst mal ihre mutter machen mir geht es euch ich hoffe gut und ja ich hoffe ich bin hier richtig cool hallo hier mein ticket dankeschön hallo mein ticket danke sehr mahlzeit hier ist mein ticket hallo ich kenne ja noch mal naja vielen dank ich bin mir gespannt grüzi bitte sie oh mann hallo hier mein ticket dankeschön hallo mein ticket hallo bin ich hier richtig hallo 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 mahlzeit bin ich hier richtig hallo hallo mahlzeit hallo 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 Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Cool. Oh, jetzt geht's los. Ich kann Zeit vergolden hier. Oh, lass mal aufziehen. So. Okay. Okay, die Ansage geht immer noch nicht. Egal. Hallo und herzlich willkommen bei der Haselbus. Ich bin tot sicher ans Ziel. Bis wir da ankommen, seid ihr alle tot. Demontiert. Außer du, Laura von Helsinki. Du darfst irgendwo weiter schreien. An Schattenmann. Da wandelt Schatten. Oh, ne, das war so gut. Man, das war so gut. Untertitelung. BR 2018 Jo. Ja komm her. Witzig. , 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 Ungewohnt, wenn alles Kollision hat, nicht? Halt nicht. Aufhören. Da kommen Leute hier ehrlich. Sonntagsfahrer. Ja. Na ja. Gut. Ganz besonders möchte ich den Joker heute grüßen. Werjenige weiß, wer gemeint ist. Ich freue mich sehr, dass er zusieht. Und dass er einer meiner Abonnenten ist. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und jetzt kommt es zu. 99 Kilometer. Yay. 99 Kilometer 97. 96. Ey. Damit ihr mal seht, wie das als Fahrgast aussieht, in die dritten, äh, in die drinnen schiffen, böse. Ein guter Fahrer, ich werde mal wirklich für Taxi fahren, wieso gefahren? Ich hatte zum Beispiel noch einen, der, der hatte, wir hatten auch einen Mercedes Sprinter, mit Tauboladen und der hat einmal sich geirrgert, weil der Taubolader kaputt war und was. Da hatte ich getreten und meine Kaffee gegeben und so. Da ist uns ja eigentlich immer so. Ja. Ich fahre sicher. Ich bin ein guter Fahrer. Ich bin ein guter Fahrer. Naja, und deswegen? Bleiben Sie ruhig, ich bringe Sie ordentlich am Ziel. Ja, so ist das. Und äh... Michael würde sich freuen. Ja, das macht mir. Bruder, ich pack morgen für dich ein Rosinenbrot. Ja, mit ganz vielen Rosinen und Tatteln. Ich trappe dich. Ich verloge auf von Heiting. Und jetzt geht's mal hin. Ja, ich trage mich. Ja, ich trage mich. Ja, ich trage mich. Ich trage mich. So, wir sind... Ländersche Staxi Es geht aber nicht hier Ländersche Staxi Nooo Warte ... ... ... ... ... ... Das war kein Licht. Oh ja, guten Tag. Und wenn ich nicht bald Kapitel 4 von Schattenwellen habe, dann dreh ich durch, dann frage ich Michael. Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausweicht? Wir nehmen alles mit. Ja, ich habe es aber ein bisschen Spaß. Wie? Wir sind zu früh? Oh. Oh. Okay, ich bedanke mich für euch. Ich bedanke mich bei meinen Zuschauern fürs Angucken. Und bitte lassen wir noch eine Bewertung da. Aber keine Hasskommandare. Die werden entfernt. Wir sind da. Wir sind im Moment befestigt. Das ist aber auch eine Bewertung.